wie leon keine power mehr ok da hätten wir nichts wo sind die in gerannt hä wo sind die in gerannt die können jetzt nicht einfach gestorben sein oder ich hoffe doch mal die sind da runter gerannt so immer schön headshots machen sind irgendwo kisten das ist ein fass geht das auch nice das geht auch die lassen dich nicht rein kannst aufhören ja das sieht voll ekelhaft aus wie die so zerfallen oh dir helfen natürlich was bist du behindert alter ernsthaft was war das denn für eine aktion wir fährten hier motorrad oh ich liebe diese moves like a wrestler fick dich mal mit dem helm das ist unnötig wieso würde ich mal behaupten dass wir nach links müssen ah klar helft mir du dumme auch nö ernst kann die animation nicht noch länger sein du hast mir nicht geholfen blöde ne so dann gehen wir mal drüber so wunderbar hey hallo forschen was wagst du es mich anzugreifen warum ist mein aiming so schlecht geht doch elena beeil dich alle welt wartet auf dich eigentlich ja nicht aber ok oh shit wie das gefühl dass wir hier irgendwie runterfallen werden ähm und ich hab jetzt ein unnötiges gefühl bei elena scheiße netter move ah da bist du ja gut schön total locker leicht durchgekommen so gefällt mir das nur der zombie in der ecke gefällt mir so ganz what the sag mal wie sie alle durchrassen durchrassen wir unser leben gefährden sagt mir dass ich deine waffe aufnehmen kann oh was war das was war das fuck uhr alter wie dir brenne ich jetzt so arsch alter was was geht hier ab was geht hier ab oh scheiße ok ok tag team tag team nochmals wo haben wir dual waffe gerade oh ich seh nichts oh fuck wo geh ich lang ok wunderbar stirb den müssen wir so platt machen oh fuck ach lion wird mir immer sympathischer und sympathischer noch du so aber du musst jetzt auch wieder dran glauben hör auf da rumzukriechen und stirb einfach hör auf der ganze fall du penner geht doch so wow wie elegant er die waffen wechselt hier ne mal munizierung dann haben wir hier irgendwelche Sachen die wir kaputt machen können sieht nicht so was war das schön aber sonst sieht es nicht so aus bam oh fuck das war nicht naja das war nicht geplant was für ein krasser schlag Leon du überrascht wie ich jedes mal das neue nice und den zweiten auch noch erwischt so lohnt sich das richtig so gefällt mir das was leuchtet da oben so das sah grad komisch aus ähm das sah so aus ob wir hier was zum zerschlagen hätten ah jawoll nice munition bitte ach man obwohl wir diese fähigkeitspunkte auch mal einsetzen müssen one hit richtig gut ja aber muss lange wieder oben bleiben alter von was werde ich angeschossen alter was zur hä ey fick dich mal was schießt du mich an achso wir müssen da hoch lol das hab ich grad gesehen na dann na dann oh ich dachte der fett gerade aus oh 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 alter schmied was ist das was ist los bei denen na dann oh 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 das sah für mich aus wie mcdonalds ja so sieht die mcdonalds bei uns aus wie sie alle auf dem boden liegen müssen was bedeutet das was bedeutet dieses waffensymbol irgendwie eine waffenkiste oder sowas könnte ich mir darunter vorstellen wäre auch ganz geil komm 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 wechseln wir wieder zu einem ich will nicht so viel munition auf einmal verschwenden jay das sieht aus wie eine neue waffe sicke sache und wie kommen wir da rüber ach ach ich denk mal doch die tür da würde sinn ergeben oh das sah grad noch irgendwie lebendig aus hm ich bin mal gespannt was helena damit zu tun hat weil sie meint ja dass das alles ihre schuld ist und wenn die schon von einzelpersonen sprechen dann ja helena dann sieht ziemlich scheiße für dich aus also ich weiß ja nicht inwiefern du damit was zu tun hast aber irgendwas musst du ja damit zu tun haben na dann dahinter ist eine waffe und die will ich was finden sie den schlüssel na dann oh ich wollte grad schon anfangen zu brüllen behind you du siehst eigentlich voll harmlos aus just saying aber gut was what the fuck ah Ah, ja klar, ich schlage dann auch noch in die falsche Richtung. Hä, lebt jetzt noch? Ne. Na dann, auf die Tür. Oh ja, ne Schrollflinte. Oh, wie geil. Ich rieche Munition. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. What the fuck is that? Oh, wie ekelhaft. Und scheinbar spricht er noch mit denen. Ich will es gar nicht wissen, aber wir sollten ihm hinterher rennen. Ach, du bist natürlich mal wieder schneller als ich. Nice. Oh, oh, was hat... Wiedersprengsatz. Ähm, den werden wir direkt mal einsetzen. Äh. So, okay. Hihihihi. Und Wutseil ist Helena. Er hat die mal wieder weg. Ach, da ist sie ja. Oh, no, no. Stirb. Oh, nice. Netter Punch. What the fuck? Halt die Fresse. I'm fucking serious. Aber genug Bonschatz verteilt. Wir müssen uns jetzt mal auf den Weg zu dem Teston da begeben. Um aus dem bisschen Kleinholz zu machen. So, schrubbelnde. Und los kann es gehen. Und los kann es gehen. Alter, was? Ich habe das Gefühl, wir müssen den immer anschießen, sobald er rumbrüllt. Sobald bei dem alles rum wird. Oh, shit. Ich glaube, die Tür ging gleich auf. Ey, Linda, behalte dich. Ey, ich bin immer der Einzige, der losrennt. Äh. Where the fuck? Ach da. Ey, was ist falsch bei dem? Egal. Ignorieren wir den einfach. Ja. Da bin ich mir sicher. So, wir wechseln wieder auf die Pistole, denn für die Schrubbelnde habe ich noch ein bisschen zu wenig Munition, als dass ich die die ganze Zeit benutzen möchte. Oh, jetzt kommt Frontflip Action. Es ist so unnötig. Oh, shit. Na gut, na gut. Wir werden uns gegen die verteidigen. Wir werden sie alle Kleinholz, äh. Wir werden sie alle zu Kleinholz verarbeiten. Auch dich. Ey. Warum hat das so viel Wirkung auf mich, selbst wenn ich so entdeckstehe? Oh, oh, oh. Das, das... Hat mir schon mal gefallen. Das war ziemlich viel Schaden. Schön. Hast du gemacht, Helena? Sieh mal an. Du kannst also doch irgendwas. Und wir jetzt Pistole. Was ist denn ein taktisches Sturm? Ja, ich sehe, wie das ein Sturmgewehr ist. Oh ja, komm, leck mich doch. Okay, wir werden ihn jetzt echt mal killen müssen, ne? Renn doch nicht weg wie so eine Pussy. Ach komm, wirklich. Wir lassen ihn einfach da in der Ecke heulen. Und dann war's das. Ne, ich kann dich nicht zertreten. Kann ich das irgendwie... Jawoll. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Das war's schon. Autsch. Das war nicht nett. Oh, lad doch nach. Ach, komm. Scheiße. Wow. Ja, gleich auf... Sag mal. Alter, was geht hier ab? Oh, 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 oh. Danke. Okay. Das wird gerade ziemlich knapp. Jaja, jetzt warte mal kurz. Meine Fresse. Oh, das ist bitter. Der erste Tag und dann so scheiße. Toll, da waren so viele... Oh, verdammt. Schade. Sehr gut. Und ich hab keine Munition mehr. Ja, 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 ja. Moment, 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 Moment. Ey, das weiß ich... Oh, shit. Geht doch. Alles klar. Eventuell hätte ich nicht gerade daneben stehen müssen, aber okay. Wunderbar. Find ich gut. What do you think? Ups. Na dann. Die hätten ruhig auf uns warten können, aber nein, warum denn auch? Wir sind ja nur Überlebende. Und... Ähm... Special... Agenten. Ihren Partner helfen. Wenn ihr Partner von einem Gegner angegriffen, äh... Gefangen genommen wurde, drücken sie in deren Nähe B, um den Gegner anzugreifen und ihren Partner zu befreien. Sie erhalten den Fähigkeitspunkt, wie wenn sie ihrem Partner helfen. Das ist wirklich schön. Wir mussten aber unseren Partner aber noch nie helfen. Zombies. Dann halt nicht. Aber hier, Leute, werde ich mal einen Cut machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin.